Einen schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nassi Zuck auf Transportfieber, ja, so, was wir jetzt machen, tun, aber wir machen erstmal die, wir lassen die mal weiterlaufen, da hinten fährt er in der City Zuck, jo, jut, wir müssen eine Bushaltestelle hier erstmal machen, wir müssen noch hier, ähm, wo sind wir denn eigentlich, Cuxhaven, eine Buslinie noch machen, bis wir vorhin die Bahn kaufen tun, ja, es fährt schon eine Bahn, dank, die habe ich schon gemacht, und, ja, da hinten fährt schon wieder eine, ich habe schon, äh, die neuen Intercity Züge reingemacht, gut, Bus, erst mal, ja, was nehme ich denn denn von Lachen, Was habe ich denn hier alles, aha, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das Wow, 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 ah, man, Oh, das ist eine Fußgänger, nein, Oh, du bist für normal, Straßenbahn, Länge, rechts, links, nein, nehmen wir nicht, Nimm wir nicht, nimm wir nicht, nimm wir nicht, Oh, das sieht ja cool aus, Ja, warum nicht, komm, Wo machen wir die Schienen, am besten denn hier hin, genau, wir machen nochmal was, ein bisschen Stopp hier, und reißen wir weit erstmal weit ab, jetzt müssen wieder ein paar Häuser, jetzt mal verspinnen, Okay, gut, 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 gut Ist das gemein. Warte mal, ich muss da ein bisschen nicht zu viel abreißen jetzt hier. Okay, dann versuchen wir jetzt den Teil sehenspannen. Ah, das ist so gemein. Warte mal, ich versuche mal die Tick noch zu machen. Ich werde den Busbahnhof haben, denn es sieht so geil aus, Verkruckshafen. So, gut, dann versuchen wir was. Gut. Aber das ist die falsche Straße, sehe ich jetzt gerade. Genau. So, wir wollen ja gleich mit mir dran machen. Äh, Moment. Das ist diese hier. Genau. So. Und wie kriege ich dich nachher ran? Das ist jetzt die große Frage mir gleich. Ah. Ja, 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 ja. Das wird jetzt schwierig jetzt, Leute. Wo sollen die Züge noch gekauft haben? Ehm, lass uns das mal spielen. Okay. Das sieht sehr gut aus. So. Okay. So, wir drehen uns mal um. Versuch mal den. Mal gucken, wann wir dich noch mal rauskriegen. Klasse. Klasse. Einfach nur klasse. Das geht hier. Das ist wunderschön. Gut. Dann wird hier noch das weggerissen. Das brauchen wir doch nicht mehr. Gut. Gut. Dann machen wir mal schon. Hier wird nicht ran. Gut. Personenzug. So. Mal gucken, was wir neben tun. So. Oh. Na. Ja. Jetzt langsam wieder zurück. Jetzt langsam wieder zurück. Einmal nochmal hier anhalten. Juhu. Dann müssen wir jetzt alles updaten. Dann müssen wir jetzt alles updaten. Okay. 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 Leute. So. Und jetzt nehmen wir hier noch ein Depot. So. Nein. Nein. So. 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 Schade eigentlich, das wollte ich eigentlich nicht, Juhu, dann machen wir noch eine neue Linie, okay, Halt, genau, gut, gut aufgepasst, okay, Oh, kann stehen bleiben, so, dann machen wir hier nochmal, nochmal hier hin, so, gut, dass ich jetzt gerade neue Seen habe, puh, das wird zwar nicht wie gern, gut, kommen wir immer von hier, nach da, nach da, nach da, das, da hin, genau, da hin, und da hin, und jetzt wieder zurück, zweimal, dreimal, viermal, fünf, okay, Okay, war jetzt dumm, okay, Das ist irgendwie richtig wie gern, nochmal von vorne, So, wie drehen wir uns lieber mal, so, Eins, zwei, drei, vier, fünf, auslassen, sechs, sieben, und acht, und jetzt wieder zurück, Zack, 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 zack Ich kann ja nicht hier normal machen. Das sieht ja blöd aus. Hm. Nee. Ist egal. Oh oh. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht, soll ich jetzt gerade noch mal machen. Entschuldigung. Nochmal. Von hier nach da. Von nach da nach da. Dorthin. Dorthin. Und hier noch einmal. Ja. Und hier abschließen. Gut. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Zack. So. Haben wir geklappt das jetzt? Ja. Aber wenn wir den hier machen tun, dann geht es nicht. Gut. Gut. Oh ne. Auf was soll das Spiel? Jetzt ärgerst du mich. so nochmal. Zack. 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 So. Komm. So. So. Und hier kommst du an nochmal. Okay. Und jetzt wieder zurück. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. Versteh ich nicht. Och man. Spiele. Och man. Ich fang gleich woanders an. Ich fang jetzt hier an. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. So. Und hier. Machen wir die zu. So. Machen wir die zu. Okay. Und hier schließt du ab. Und. Hallo. Wo bist du? Und hier gehen wir einmal nochmal hin. Zack. Mann. Das geht doch nicht so. Gut. Okay. Muss ich da eine Tram hin machen. Äh. Tram. Schienen. Das Spiel erhält mich. Mann. Wider. Mich. Mann. So. Bist du zufrieden? Spiel. Ja. Du bist zufrieden. Okay. So. Bist du zufrieden? So. So. Was ist denn jetzt los? Warum willst du wieder nicht? Meine Güte. Spiel. 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 So. Erstmal Tram. Halt den A jetzt. Ne. Äh. Vergessen wieder. Tram. Halt den A jetzt. Guxhaven. So. Äh. Da. Und jetzt Hafen. Genau. F. V. E. N. Genau. So. Guxhaven. Gut. Einmal erledigt. So. Tram. Kaufen. So. Guxhaven. Guxhaven. Was nehmen wir denn? Fortunit. Hmmm. Oh. Jo. Die nehmen wir. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Vier. Zwei. Zwei. Hm. Immer noch fünf. Okay. Jut. Hallo? Äh. Was ist denn das für eine Linie? Keine Ahnung. So. Tönen wir mal kurz mal runter. Dann machen wir mal den Tat weg. So. Und dann lassen wir den Tat weg. Mal starten. Hallo. Herzlich willkommen. Oh. Sieht toll aus. Wow. Sieht richtig toll aus. Sieht richtig toll aus, will ich mal sagen. Ja. Hat sich gelohnt. So. Gibt da noch was? Das muss eigentlich jetzt gewesen sein. Oder? Gut. Das war's. Gut. Okay. Und jetzt wollen wir jetzt mindestens noch zwei Züge kaufen. Okay. Da fangen wir mit. Guck. Es dauert jetzt ein bisschen. Wie immer. Hallo. Dankeschön. Triebwagen. Da nehmen wir Elektrik. Genau. Wie schn... Oh nee. Sieht schon schön aus, aber so weit wollen wir noch nicht. Hm. 130. 130. Aber wir machen mal Tattoo wieder rein. Hm. So. Wie lang bist du? Hm. Toll. Dankeschön. Spiel. Einen kleinen Moment warten. Hm. Mhm. Schön. Dankeschön. Wir nehmen wir dich mal. Nicht schlecht das. Mal gucken wie lang du bist. Geh doch mal weg da. Dankeschön. Ui. Hm. 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 Aber doch nicht. Wie lang bist du? Okay. Machen wir dich mal auch mal hoch. Warum nicht? Warum nicht? Aber nicht diesen hier. Ähm. Warte mal. 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 Entschuldigung. Die sieht auch sehr schön aus. Wie schnell wirst du denn? Uiuiuiui. Nein. Das ist noch nichts für ihn. Mittel. Komm. Den nehmen wir. Und da nehmen wir gleich zwei Stück. Ja. Reicht. Machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Okay. Dann lassen wir die mal. Moment. Wir müssen erstmal diese Zügel. Moment. mal gucken. Ähm. Zwei. Gleis. Gut. Gut. Ah. Ist das schön. Gut. Mit den fahren wir auch gleich mit Wann du mal rauskommen tust Das wär schön Aber hier machen wir mal ein Signal hin Eine Frage, was soll das hier sein? Ähm Weiß ich nicht Aber ist mir auch egal Denn machen wir erstmal Nehmen wir sie hier hin Kann sein, dass wir eigentlich einen neuen Brücken-Mod eigentlich Gut Nehmen wir diese hier Ne, das gefällt mir nicht mehr die Brücke hier Ne, 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 ne Komm, die Brücke wollen wir mal neu Und dann fahren wir mit Nein, das gefällt mir gar nicht Das hat mir nicht gefallen Tut mir leid So, was habe ich denn hier? Wir wollen doch so eine Schnellbrücke machen Mit Geländer Ja Genau Das war's Das war's Das ist das Das war's Das war's Das war's Das war's Ich kann schon mal Das war's Was ist das Das war's Ich kann nicht, Luz Das war's So, gut, aber wir wollen mal gucken, ob das Schiff in die Lone durchfahren kann, wunderbar, aber wir wollen nicht mehr, gut, so, wir wollen mit dem Lama laufen, okay, so, hier ist ein Signal hin, so, gut, dann haben wir das auch erledigt, mal gucken, ob alles noch ist, ja, für uns ist alles okay, wunderbar, so, dann fahren wir mal mit, halt, 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 wir müssen noch eine Weiche machen, jetzt nehmen wir mal hier eine, das ist mir gerade eingefallen, wir müssen ja noch rüber hier, genau, mit denen fahren wir dann gleich mit, warum hältst du an, ach so, gut, weiß jetzt warten, erst mal hier, wie immer, wir müssen immer warten, warte, warte, gut, wir müssen leider erst mal ein bisschen kurz warten, aber wir fahren gleich weiter, ja, die Strecke muss sich auch auch noch umbinden, so, dann geht's weiter, schauen wir es, juhu, 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 gut, wir kommen dann gleich auf die richtige Seite, nö, okay, wenn das gut gehen tut, ich weiß es nicht, oh Gott, wir wollten hier nur mitfahren, so, machen wir diesen mit hier, denn hoffen wir, wenn er das machen tut, sonst haben wir gleich Probleme, und das wäre blöde, so, hoffentlich kommen wir gleich hier rüber, haben wir ein rotes Signal, ja, ja, hm, Mist, das ist jetzt ein Mist, warum wartest du, kommt hier ein Zug, ich will dich besserbце gut, ich will dich nicht eh, genau so lautir, ichигau die laufen auch bis hier mit, du bist auf jeden Fall dranblech, ich will dich nicht schief doch ... So, ich hoffe, wenn du gleich hier rüberfahren tust. Das wäre echt schön. Ne, du fährst zurück. Gut. Leute, dann können wir jetzt mal hier wieder ein. WIE! Gut. Dann machen wir den Zungen rum. Wow. Sieht so toll aus hier. Die Strecke können wir ja noch nicht. Gut, deswegen fahren wir auch mal so lang mal. Und dann... Mal gucken, wenn irgendwann nochmal der Intercity zukommt. Das wäre so schön. Und dann hoffe ich, wenn der nächste Zug den rüberfahren tut. Und den noch ein bisschen beobachten. Das wäre schön. Sonst heißt das, ich muss die erstmal alle wenden. Naja. Das ist das Beste. Aber ich mag dann nach der Aufnahme. Ach, das ist jetzt schön, ne? So, jetzt verlassen wir die Strecke. So. Gut. Hoffentlich fährst du gleich drüber. Das wäre echt schön. So, jetzt fahren wir erstmal rein in Bahnhof. Okay, es kommen noch mehr Züge, dann sagen wir mit diesen hier tschüss und bis zum nächsten Mal eine. Sie zockt ja. Tschüss.